Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mario Kart DS. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben im Missionsmodus. Wir haben mich gequält bzw. ich habe mich gequält mit den Holzkisten, weil ich zu dumm bin dafür. Du bist gefällig. Yeah! Und da kommt jetzt die nächste Mission. Zusammen jetzt hier in Münzen, ansonsten bist du schlecht. Jetzt bist du aber so oder so. Mach nix. Oh, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Ich habe gerade gefragt, warum fährt er jetzt rückwärts. Er hat die Karte im Glück. Das war der heftigste Drift ever und das war der geilste der Nebenfahrer. Yeah, mach ich, da geht's. Diesmal werde ich es schaffen. Es macht mir Spaß. Warum mach ich das? Weil du. Jetzt geht's. Dieser mach ich es nicht. Dieses Mal lass ich es. Diesmal nicht drücken. Das ist eine gute Entscheidung. Nein, tut das trotzdem. Aber war eine gute Sache. Vielleicht hat es gereicht. Wer weiß. Es hat gereicht. Da war das geheilt. Das ist die fünfte Nummerieren. Tore. Schon wieder Tore. Du Tor. Da 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 da. Ah. Ich sag nichts dazu, okay? Nö, besser nicht. Sonst deckt sich Waffe noch mal was aus in seinem Best of hier und dann... Oh Gott! Der wird doch was ganz blöbösartiges cutten. Der wird mich bloßstellen. Kauft dir Spiel. Du hast ihn bitter nötig. Johe. Du sollst nicht die Tore bumsen. Du sollst halt doch schon... Der bumst aber gerne in die Tore. Ja. Jetzt wirst du ja was am liebsten in die Donkey Kong spielen macht. Ja. Jetzt weiß ich es auch. Jetzt weiß ich es ganz besonders. Ja. Du bist gerne Donkey Kong spielen. Ah. Das war der beste Tore meines Lebens. Das passende Geräusch dazu. Oh nein. Meme Time. Donkey Kong kann nicht fahren. Ja gut, dass die Gorilla Visaya fahren können. Ach. Mich doch nicht. Ich weiß nicht, wo was alle die Intelligenz hernehmen. Ja, aber... Äh... Die Affen sind ja die nächsten... Die Menschen am nächsten gelingenen Tiere. Deswegen so dumm sind sie gar nicht. Wow! Wow! Ja komm, ist alles... Waaaah! Mensch... Das kann jetzt gar nicht sein, denn ich fick euch alle. Nein. Ihr habt Glück gehabt. Ihr habt alle Glück gehabt. Die alle Angst vor mir haben. Aber zu Recht. Oh nein. Nein. Nicht die Mission. Genau. Ich werde sie schaffen. Ich werde sie bezwingen. Witzig wäre ja, wenn der... Wenn das Item jetzt einfach links oder links hoch gegangen wäre. Einfach so. Oh, ja schön. Diese Strecke kann man auch als Mod in Super Mario Odyssey benutzen. Herr Spielen. Ach nein. Bitte nicht 80 Sekunden. Bitte keine 80 Sekunden gesetzt. Das Spiel ist die Qual. Vielleicht muss ich mehr treffen. Oder durchziehen. Ach komm schon. Bitte, 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 bitte. Aber nur leicht schneller. Aber du hättest es halt theoretisch früher bekommen. Ja, aber ich hätte es... HÄTETE Fahrerkette. Fahrerkette. Nochmal. Komm. Ich gehe jetzt einfach auf Re... Ja. Und jetzt. Komm, komm, komm. Wenn das nicht reicht. Ohne Witz. Ich dachte schon, ne? Ich dachte. Ist das wirklich? Oh mein Gott. Fägeschlang. Deine Mütter ist Fägeschlang. Ich weiß. Was ist mir du ja? Das war witzig. Danke. Danke. Das soll es auch sein. Mavis hat gepassen. Hä? Du hast ge... Was? Du hast ihn ge- Ja, frech. Mavis war schuld. Er hat Spielbeine poliert. Er kann hacken. In meinen Kreisen kann man sagen Danke, Erik. Ich meine, er hat doch schon in dem Bauprojekt unter Beweis gestellt, dass Hacken funktioniert. Das ist auch eine freche Aussage. Wieso? Ich glaube, dass die Wahrheit ist. Was? Die willst du hackt? Jetzt steht auch noch Peach auf Gift. Alles klar, weiß ich das jetzt auch. Auf was steht da nicht Peach? Auf Mario. Nein, glaube ich jetzt nicht mehr. Tut mir leid, der Gedanke ist leider, ich werde mich schon extra loschen. Mission auswählen. Was? Nein! 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 Ihr seid doch behindert. Ah! Boah, das war eine richtig geile Challenge. Mensch, ich habe das richtig gerne gemacht. So! Nächster! Muss ich zu berühren. Du warst schon in drei. Und... Vier... Und fünf! Es wird fuck egal, ob ich dran sterbe. Mario ist einfach fast selber lang gestorben. Aber vor allem der erste, wie der abgeknallt wurde mit Toro Speed. Oh! Das war cool. Ja, das war schon. Es war episch! Oh nein! Jetzt geht's los! Ah! 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 Auch noch wie du gestern bist. Und am besten Mann hat das immer... Oh! Oh! Weiß schon! Will!" Und jetzt... Fahr! Das ist die Buse für mich genau. Könnte sein. Es könnte bei Tod sein. Oder auch nicht, wer weiß. Hast doch übrigens was weißes auf dem Bild geschah. Das sieht eh keiner. Ok. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es theoretisch gesehen werden könnte. ja aber erstens das, zweitens mit weiß solltest du vorstellen, sonst denken doch irgendwelche Leute was komisches aber ich kann mir ja überwürschen bei der Frage, wie soll ich denn das hier jetzt? es ergibt keinen Sinn im Knochen ooy na jetzt geht da dann ja, jetzt bleibt im Griff und gehe nicht raus also, nehmen den letzten Speedfluss noch, jetzt noch nicht, 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 jetzt yeah sind wir jetzt schneller? ich habe nämlich auf die Zeit, ich gucke nicht auf die Zeit gerade du sollst das Ding nicht ficken, du sollst da aber einfach man ja das war mal ein cooles Perfekter Drift Perfekter Drift Du bist perfekt wie Meluya Meluya ist perfekt So Power Turbo Das wird's wir gekostet haben jetzt ne? Wahrscheinlich Yep Es ist der Qual Das Spiel wird mich tot sehen ne? Ich hätte das eine nicht verkacken dürfen Den einen Drift Bei der 2 So Genau Ja Sekunden hat Zeit Jetzt Ich Das Tor nehmen Genau Hol den Drift Jetzt Das Das könnte klappen Bitte 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 Ja Die paar Millisekunden haben uns das gekostet die ganze Zeit Die paar Millisekunden Oh Das ist bitter Das ist bitter So Wir werden den Stern mitnehmen müssen da ist ein Stern drin Weißt du woher? Weil ich mich gerade erinnere Ja 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 Aber Es sind eh 3 Runden Und ich wollte eh gucken dass ich alles richtig mache Ja Ich glaube 2 Sekunden Ich glaube das ist kein Stein mehr Ich weiß jetzt schon Ich wusste es Ja, weil du zu früh aufgehört hast, zu flippen. Der Frame ist scheiße! Der Frame ist scheiße. Der Drift war scheiße. Ich kann mich bei dich mal angucken. So schlimm ist das. Das stimmt. Warte, was? So, halt das aufgehoben. Komm. Komm. Ich weiß so scheiße, weil ich den einen Zwift genommen habe. Ärgerlich. Es ist... Es ist der Babypark. Der ist so easy wie alles. Alles, was du gesehen hast. Der ist eigentlich easy. Aber... Genau. Ich sehe, wie easy das ist. Irgendwie wird der Marvin sagen. Das ist easy. Und jetzt wird sie langsamer. Dann nimmst du den Stern nicht, weil du die Sterne hast. Ich weiß, wie du die Sterne hast. Und weil sie es nicht haben. Das auch. Du hörst immer zu früh auf den Hüften, finde ich. Eigentlich nicht. Und... Das war scheiße. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird gar nicht mehr. Das wird knapp. Wer das kein 3 Sterne wird. Ich fick euch alle. Das wird 3 Sterne. Danke. Gar kein Stress. Was ist denn hier? Aber Gott, wer ist das? Das ist... Den gab es doch auch in irgendeinem anderen Game, oder? SM64, yes! Der sieht halt aus wie so'n Boss aus Zelda. Aber ich fand das Bezug von dem Guide. Mal zwei. So. Gewonnen. Einzigmal zu langsam bin. Ihr seid doch... Dich. Nein! Die fick ich jetzt miteinander. Miteinander? Okay. Hast du es gesehen? Der hat es pass... Der... Der kleine Panzer war ein Bastard. Ich habe es gesehen. Ja. Der hat es. Raa. Der hat es einfach nicht. Das freu dich. Deswegen freu dich. Kannst du dir nicht auf die Tüten werfen, die ihn treffen? Ich hätte ihn getroffen. Wieso triffst du das Auge, ey? Weil du schlecht gezielt hast. Ja klar. Ja. Ja. Ich kann schlecht zielen. Im Moment hast du schlecht gezielt. Das ist deine Versuch, mich schlecht zu reden. Nee. Fake News. Jetzt ziehen. Du wärst auch schneller, wenn du um die Ecke drüftest, traurig. Halt ihn doch mal nach hinten fest, dann kannst du noch mal... Ich warte ab. Ich hab das. Nein! Guck mal, genau in dem Moment hättest du erst ins Zweiten geraten. Hast du gesehen? Der ist einfach durchgekletten. Er ist drüber geflogen. Nee, der ist drüber gewesen. Geschwoben ist er. Mach mal gerade aus. Ja, das ist der Ding aber. Mit voll zu suchen. Take it easy. Kann ich gleich teilen mit der Tastatur. Ach so. Ja. Mit der Tastatur? Bruh, ich dachte, du hast einen Controller. Ach nee, das erfährst du erst jetzt. Der spielt einfach mit der Tastatur, jung. Das würde ich ja niemals machen. Das ist ja richtig freudig. Attacke. So. Das ist die Frage. Bitte. Nee, es hat gereicht, es hat gereicht. Es fehlen mir ein paar Millisekunden. Okay, es hat doch nicht so viel geklaut. Ich kann es versuchen mal. Dein Tipp. Welchen von meinen Tipps? Durchfahren. Und dann angreifen. Ich finde das sinnvoll. Wir holen uns jetzt keine Sterne. Ohne Witz. Und dann rumgekriften halt. Ohne Witz. Ohne Witz. Okay, den hätte ich auch als Trainer gezählt. Ja. Dreckig. Nee, ist nicht. Das ist dreist. Ich mach uns jetzt auf der, nach der, ich bin schwul Methode. Wollt. Die schwul Methode? Okay. Fick dich. Instant Beleidigung. Das können geklappen. Jetzt vorfahren. Ja. Komm, 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 komm. Jetzt. Nein. Er bewegt sich einfach. Das klappt. Der bewegt sich dabei. Was hättest du erwartet? Die paar Millisekunden. Oh. So close einfach. Drei Stern hier. Take this, meine Freunde. Das könnt ihr nicht. Wofür seid ihr alle zu schlecht? Das glaube ich nicht. Aber nicht mit der Statur. Nee, das stimmt. Mit der Statur wahrscheinlich. Alles klar. Ich würde sagen, im nächsten Mal geht es dann hier weiter. Kommt, die haben wir nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und einmal Kontroll.